Hi, eine Frage an dich. Mein Name ist Benjamin, ich bin Straßenfotograf. Ich fotografiere Menschen, die coolen Style haben. Ich finde dein Style richtig cool. Kann ich ein Bild von dir machen? Ja klar, natürlich. Ist dein Name? Benjamin, freut dich kennenzulernen. Bleib mal so. Kannst du vielleicht hier halten mit zwei Händen oder mit einer Hand? Ja, super. Einfach in die Kamera schauen. Ja, sehr schön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schau mal seitlich bitte. Auf der Straße. Ein bisschen näher zu mir. Ja, genau. Eins, zwei, drei. Wow. Sieht echt cool aus. Sehr gut. Danke. Sehr schön. Sieht echt gut. Geil. Geil. Bis zum nächsten Mal.